so meine damen und herren da ich mich jetzt heute noch mal zu wort melden möchte und für alle die nicht lesen können gar nicht böse gemeint oder so gibt ja manche menschen die nicht lesen können es tut mir leid heute konnte kein video kommen da ich am neuen projekt gearbeitet habe was zu meinem geburtstag dazu kommt zum an meinem geburtstag ein extra video das ist am 2 mai kommt ein extra video und da werde ich alles erklären zum projekt da wird es online gehen und ich sage euch da habe ich so viel arbeit schon eingesteckt also wirklich ich würde mich mega freuen wenn ihr dann an meinem am 2 mai an meinem geburtstag das ist jetzt in zwei wochen dann unbedingt auf diesem kanal mal vorbeischaut und feedback da lasst und einfach mal da vorbeischaut aber dazu könnt ihr dann mehr am zweiten mal erfahren und dass wir uns dann beim nächsten video wiedersehen und ihr könnt auch gerne kostenlos abonnieren und die glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder bis dann mein muster mm tschau tschau